Sind zwar jetzt hier nicht die größten Früchte, die ich an dem Apfelbaum habe, der steht jetzt hier in dem Kübel, aber ich bin dennoch froh, dass der überhaupt Früchte bringt. Ich bin froh über den Baum, denn es ist umso wichtiger, dass wir immer mehr solche wunderbaren Freunde pflanzen, denn sie schenken uns mit wunderbaren Luft, strahlen Freude aus und natürlich geben uns diese einzigartigen, wunderbaren Früchte. Und ich möchte euch so einen kleinen Anreiz geben, auch mehr Bäume zu pflanzen, auch Bäume aus Stecklingen und auch aus Kernen zu ziehen und da zeige ich euch einfach mal jetzt so, wie sich es bei mir in der Baumschule alles so entwickelt hat. Schöner rotfleischiger Apfelbaum. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir machen gleich den kleinen Rundgang durch meine kleine Baumschule und hier sind jetzt ein paar Stecklinge, die ihr sehen könnt und ein paar Erdbeeren. Also das hier ist hier vorne eine Gojibeere, beziehungsweise ein Steckling von einer Goji-Pflanze, die ich habe an der Nordseite vom Haus. Dann hier auch weitere Stecklinge von Johannisbeeren. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu nehmen. Man nimmt einfach, ich habe jetzt hier einjährige Getriebe genommen und die einfach in Erde versenkt und darauf geachtet, dass die natürlich feucht bleiben. Hier habe ich dann noch von einem Freund, vielen Dank Christian, mein Namensvetter. Ich habe jetzt hier ein paar Erdbeeren. Das sind weiße, glaube ich, weiße Wilderdbeeren. Die hat er mir gegeben. Und die wuchern hier jetzt so ein bisschen rum, habe ein bisschen viel Samen reingeworfen und die werde ich dann auch mal später dann auslichten. Und das hier ist, glaube ich, Kohlrabi. Bin mir nicht sicher, ist ein bisschen von den Schnecken abgefressen. Dann werde ich so ein kleines Experiment machen und die einfach irgendwo in die Erde setzen. Mal schauen, wie der Winter so dieses Jahr wird. Hier haben wir weitere Johannisbeerstecklinge. Ich glaube, ich habe, das sind alles die Johannisbeere von meiner schwarzen Johannisbeere. Und das hier ist jetzt ein Feigensteckling. Der ist aber, glaube ich, noch nicht ganz angewurzelt. Den habe ich erst frisch gemacht. Aber doch, dürfte sogar angewurzelt sein. Mal schauen, ob der was wird. Das ist eigentlich auch ziemlich einfach, Feigen zu vermehren. Werdet ihr dann nochmal später ein paar Stecklinge sehen. Weiter hier auch wieder ganz schön viele Johannisbeeren und Gojibeeren. Also bei Johannisbeeren, wenn da sich jemand meldet, kann er gerne mal vorbeikommen. Hab genug Stecklinge für alle. Für alle. Und dann gehe ich mal ein bisschen weiter hier auf die Terrasse. Weil hier ist ja so ziemlich die Hauptpflanzen. Das hier ist jetzt der Kurkuma. Den geht es jetzt auch noch ziemlich gut. Den habe ich jetzt einfach hier an die Terrasse, weil es da ein bisschen schattiger ist, hingestellt. Hier, das ist jetzt die erste Feige, die ich mir besorgt habe. Schon an einem größeren Hübel. Die ist, glaube ich, schon drei Jahre bei mir. Trägt auch schon die ersten Feigchen. Ist eine winterharte Feige. Hier, das ist die Pfirsich. Die habe ich mir auch mal vor drei Jahren gekauft. Das ist halt sehr lustig, dass die, keine Ahnung, veredelt oder so ist. Weil ich glaube, das ist eine Pfirsich und eine Zwetschge. Also die hat eine andere Unterlage. Und das ist halt, was ich halt immer so sehe oder finde, wenn man jetzt alle auf Veredelung oder Tropfen Wert legen. Ich bin halt immer noch der Fan auf wurzelechte Bäume. Und dann kann sowas auch nicht passieren, dass dann wirklich ein anderer Austrieb da zum Vorschein kommt. Ich lasse den Baum jetzt einfach so wachsen. Dann machen wir noch hier einen kleinen Schwenk zu diesen Experimenten hier. Hier sind Kerne von Pfirsichen drin. Mache ich immer wieder gerne. Pfirsich- oder Zwetschgenkerne. Einfach irgendwo ins Beet rausspucken. Oder einfach hier so eine Kübel rein. Ich weiß, dass die Zwetschgen Kälteperioden benötigen, um Hemmstoffe, glaube ich, in der Keimung abzubauen. Hier sind weitere Versuche. Da habe ich jetzt zum Beispiel Zapoten. Also die Blanco, äh nicht die Blanco Zapote, sondern die Zapote Negro. Also Zapote schwarz reingetan. Das ist eine Zapote, die Schokoladenpuddingartige Früchte formt, beziehungsweise die Früchte schmecken nach Schokoladenpudding, wie ich gehört habe. Da habe ich so ein paar Samen heute rein. Dann auch nochmal von den Bananen. Also von der roten, von der rosanen, von der blauen, von der silbernen und von der großen S-Bananen habe ich da die Samen rein getan. Da sind auch schon bei mir welche gekeimt. Können wir auch gleich später sehen oder jetzt gleich dann. Hier, das, das da dürfte, dürften zwei Graviolas sein. Und hier wie immer Avocadokerne, die direkt in der Erde drin sind. Und hier vorne, weil neuerdings der Russenmarkt bei mir usbekische Trauben hat. Und die haben Kerne, also richtig große Kerne, dachte ich mir. Ich tue die hier rein. Und das ist so ein kleines Experiment für mich. Denn links von dem Stöckchen, das sind einfach nur Samen, die ich in der Erde getan habe. Und rechts von mir sind Kerne, die ich mit meinem Speichel, ja, umhüllt oder einfach mit Speichel von mir in die Erde reingetan habe. Und mal schauen, welche besser keimen oder welche besser wachsen. Oder ob sie überhaupt wachsen, das weiß ich nicht. Dann gehen wir hier weiter, auch wieder Avocado, ist auch schon ein bisschen größer. Hier haben wir Feigenstecklinge, die sind jetzt schon ein Jahr alt. Die sind jetzt schon richtig groß, also sieht man, wie schnell die Feigen wachsen. Also jetzt hier hat die ja sogar noch einen kleinen Austrieb. Also habe ich schon einige Erfahrungen. Ich werde immer wieder Feigenstecklinge nehmen, weil es ist ein wunderbarer Baum. Hier, das ist jetzt die Maulbeere. Die hintere, die habe ich von, ich glaube, von meiner roten Maulbeere da in den Ast abgeschnitten. Hier, das ist jetzt die Indianerbanane, eine vom Schrebergarten. Die hat nicht so richtig angewurzelt, hat nicht so richtig die Pfahlwurzel ausgebildet. Deswegen habe ich die jetzt nochmal hier in einem Topf, damit die den Winter bei mir überstehen kann. Dann tue ich sie später wieder raus. Und hier ist nochmal ein Feigensteckling. Und dann gehen wir hier weiter. Das hier ist jetzt die Zapote negro, also diese Zapote schwarz. Die ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Auch ein sehr schöner Baum. Dann hier, das ist die silberne Banane. Das ist jetzt die Banane, die aus dem Kern groß geworden ist. Dann hier auch, was geglückt ist, zwei Papaya-Samen sind zum Keim gebracht worden. So schauen jetzt die jungen Papayas aus. Zwei Papaya-Bäume hier in der Baumschule. Das ist eine kleine Cherry Moya, die war letzten Winter sehr stark vertrocknet, weil meine Mutter leider, als ich weg war, sich nicht so gut um sie gekümmert hat. Hat dann sie vernachlässigt zu gießen. Hier nochmal eine Avocado, die sibirische Kiwi hier ist eine. Das ist eine weibliche vom Schrebergarten, die von einer Wühlmaus attackiert worden ist. Da war die Wurzel dann wirklich komplett abgefressen. Nochmal Avocado. Also zu den Avocados hier, die hier jetzt überall stehen. Hier jetzt zum Beispiel. Das sind entweder Hass-Avocados oder Colossus-Avocados. Die gab es auf der Farm, wo ich letztes Jahr in Costa Rica war. Und da habe ich auch ein paar Samen zum Keim gebracht. Das ist jetzt daneben die Goldene Lotus-Banane. Das sind übrigens beide winterhart. Also wenn man die richtigen Vorbereitungsmaßnahmen trifft, dann überstehen die auch Winter- oder Minustemperaturen. Das hier ist jetzt eine größere Cherry Moya. Das ist eine Stachelanone, hat weißes Fruchtfleisch. Kann sich vielleicht da was, die Leute etwas vorstellen oder ihr. Dann, wo habe ich noch? Genau hier. Hier unten. Da habe ich nochmal eine Stachelanone. Das ist jetzt hier eine Graviola. Aber die gab es bei der Farm auch zuhauf. Und in Costa Rica kann man die auch überall kaufen. Die Graviolas ist einfach nur eine größere Version von der Cherry Moya. Ich glaube, das ist eine Walnuss. Auch einfach mal zum Spaß, weil mal Mulchmaterial von der Gemeinde. Es sind überall Walnusse mit dabei gewesen. Dann sind die halt auch überall mit aufgekeimt. Und da hatte ich auch kein Problem damit. Habe ich einfach mal mitgenommen. Habe sie dann einfach in die Erde reingesteckt. Hier haben wir dann nochmal eine sibirische Kiwi aus dem Schrebergarten. Dann auch wieder die Wühlmaus. Hier unten schon ein paar Pfirsiche, die hier gekeimt sind. Zwei Orangen aus dem Samen heraus. Die sind jetzt auch schon ein Jahr alt. Und da weiß ich nicht, ich glaube das ist ein Ahorn oder sowas. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Komme man mich schon so gut um, wie es geht. Also der hat vertrocknete Blätter, obwohl er anscheinend genug Wasser hätte. Muss ich immer besser, ein bisschen besser beobachten. Hier auch nochmal vom Nachbarn habe ich mal Pfirsiche bekommen. Von seinem Pfirsichablegerbaum. Das waren auch einfach Pfirsiche, die aus dem Samen aufgekeimt sind. Hier vorne eine Aloe Vera Pflanze. Weiß nicht, ich habe von meinem Freund, der einen Bauerngarten hat. Die hatten mir den einfach mal geschenkt. Dankeschön Peter. Und hier, das ist jetzt ein etwas größerer, ein etwas größerer Avocado. Die ist auch in einem größeren Topf, hat er mehr Platz. Und sonst hier vorne, das sind alles Pau Pau's. Alles Indianer Bananen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Könnten, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht sind schon aufgekeimt. Aus einem Samen. Mal schauen, was das für Indianer Bananen dann später mal werden. Ich werde mich gut um euch kümmern, ihr Kleinen. Ach, das ist schön. Es ist wirklich schön, mal so Bäumchen aus dem Keim groß zu ziehen. Es ist wirklich ein wunderbares Gefühl. Und wenn wir dann noch hier schauen, dann bin ich mit der Terrasse fertig. Hier nochmal eine Pfirsich, auch schon ein Jahr alt. Und das hier ist jetzt die größte Banane, die ich habe. Das ist die Monzana Banane. Also übersetzt heißt die Apfel. Habe ich da einmal in Costa Rica mitgenommen, einen Ableger. Schmückt wirklich nach Apfel, die Frucht. Und das ist jetzt hier die Banane. Auch schon eine beachtliche Größe erlangt. Und hier auch nochmal eine zweite Pfirsich, die ein Jahr alt ist. Die werden auch recht schnell groß, die Pfirsichbäume. Im Garten habe ich jetzt dann noch verteilt Bäumchen stehen, die in Kübel wachsen dürfen. Das hier ist jetzt zum Beispiel meine winterharte Kaki. Mal schauen, ob ich hier irgendwo im Garten Platz für sie finde. Problem ist halt, mein Vater hatte hier so eine Bodenwärmeheizung. Das heißt, dass die Wärme vom Boden abzieht. Und damit die Bodenheizung bei uns im Haus betrieben wird. Und die Rohre sind halt auf 1,20 Meter Tiefe. Die müssen auch bei dieser Höhe oder bei dieser Tiefe auch bleiben, sonst werden sie beschädigt. Mein Vater hat halt auch Angst, wenn er Bäume reinsetzt, dass die halt die Rohre beschädigen. Ich denke, das machen die nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wenn sich da jemand etwas näher auskennt, kann es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich würde hier sofort Bäume pflanzen, aber sofort. Und das ist hier jetzt eine Aprikose. Und da hinten, auf der anderen Seite vom Garten, wo ich halt den Einspieler gedreht habe, hier hinten, das ist die rotfleischige Apfelbaum-Sorte Baja Marissa. Und das ist jetzt ein dreijähriger, oder ich glaube, vor drei Jahren habe ich den gekauft, den orangen Baum hier. Der hat sogar mal Minustemperaturen im Gewächshaus überstanden. Ja, also das sind jetzt so hier ziemlich die ganzen Bäumchen und die Baumschule, die ich hier habe. Und da hinten, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, man kann so diesen Zipfel sehen. Das ist meine italienische Zwetschge. Zwetschge, ja genau. Und sonst bedanke ich mich eigentlich vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr mit dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch Freunden, Bekannten, Familien von mir erzählen. Gerne freue ich mich auch, wenn ihr das Projekt und mich auf sozialen Medienkanälen und einfach das Projekt verbreitet. Das ganze Marketing-Zeug gehört natürlich auch irgendwie dazu, ohne Aufmerksamkeit, keine Unterstützung auch ein bisschen. Natürlich findet ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten unter der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Freut mich natürlich auch immer wieder sehr. Und sonst könnt ihr hier noch ein bisschen Gründingung sehen. Das ist Buchweizen. Hier zwei Zwergfelsenbirnen, die auch hier schön wachsen. Und sonst zum Abschluss. Und das ist eine Honigmelone, Sorte Banana. Mehr dazu in der Wassermelonen-Challenge, wozu ich das Video auch schon fast zu Ende gedreht habe. Und die ist erntereif, die riecht schon süß. Und die werde ich jetzt essen. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass das Video so eine kleine Inspiration für euch war. Und pflanzen wir doch alle ein bisschen mehr Obstbäume. Und ja, da hat auch jeder was davon. Finde ich einfach schön, macht mir Spaß. Und ich würde einfach weitermachen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Schwarz-Johannisbeere. Oder rote. Und das ist eine Himbeere. Wachsen hier auch überall. Aronia. Schwarz-Johannisbeere. 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 Schwarz-Johannisbeere.